Zehn dunkle Flüche, die so schrecklich sind, dass sogar die dunkelsten aller Zauberer sie fürchteten. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Flüche sprechen. Genauer gesagt werden wir einen Blick auf die 10 schrecklichsten dunklen Flüche in der Welt der Zauberer werfen und sie in die meiner Meinung nach richtige Reihenfolge der Schrecklichkeit bringen. Aber das Wichtigste zuerst, was ist eigentlich ein Fluch? Und wie unterscheidet sich ein Fluch von einem normalen Zauber oder einer normalen Verhexung? Beginnen wir mit dem Anwendungszweck. Ein normaler Zauber wird normalerweise für positive oder neutrale Zwecke eingesetzt. Zauberer nutzen sie um Alltagsprobleme zu lösen, wie beispielsweise das Reinigen von Räumen oder das Reparieren von Gegenständen. Flüche hingegen werden oft als Waffen eingesetzt, um Schaden zuzufügen, Schmerz zu verursachen oder andere negative Auswirkungen zu erzielen. Ein normaler Zauber hat in der Regel eine spezifische Wirkung, die auf einen bestimmten Zweck abzielt. Er kann beispielsweise ein Objekt schweben lassen oder Licht erzeugen. Flüche hingegen haben oft schwerwiegendere und destruktivere Auswirkungen. Sie können verletzen, den Tod oder physische oder psychische Qualen verursachen. Kommen wir zur Ethik und Moral. Während Zauberer normalerweise Zauber verwenden, um das Gute zu fördern, sind Flüche in der Regel mit negativen Absichten und bösen Taten verbunden. Viele Flüche sind in der magischen Welt verboten und gelten als dunkle Magie. Der Einsatz von Flüchen wird oft als moralisch verwerflich angesehen, da sie das Leiden anderer verursachen. Kontrolle und Konsequenzen. Ein normaler Zauber kann relativ leicht kontrolliert und gezielt eingesetzt werden. Flüche hingegen erfordern oft fortgeschrittene Kenntnisse und Erfahrungen in der Magie, um ihre Auswirkungen zu kontrollieren. Darüber hinaus können die Anwendung von Flüchen und der Missbrauch dunkler Magie schwere Konsequenzen nach sich ziehen, sowohl rechtlich als auch moralisch. Beginnen wir nun mit dem ersten Fluch. Beginnen wir mit einem Fluch, den jeder von uns kennt, der Avada Kedavra Fluch. Der Avada Kedavra Fluch ist einer der bekanntesten und gefürchtetsten Flüche in der Harry Potter Welt. Es handelt sich um den Todesfluch, der verwendet wird, um sein Opfer sofort zu töten. Es ist einer der drei unverzeihlichen Flüche, was bedeutet, dass sein Einsatz strengstens verboten ist und er schwere Konsequenzen nach sich zieht. Der Avada Kedavra Fluch hat eine unmittelbare und tödliche Wirkung. Wenn der Fluch erfolgreich angewündet wird, stirbt das Opfer sofort, ohne Schmerzen zu empfinden. Es hinterlässt keine sichtbaren Verletzungen oder Spuren und scheint, als ob das Opfer friedlich einschläft. Der Fluch erfordert eine bestimmte emotionale und willentliche Haltung des Zauberers. Er muss den Fluch mit dem klaren Vorsatz aussprechen, sein Opfer zu töten und darf keinen Zweifel oder Reue empfinden. Es ist wichtig zu beachten, dass der Avada Kedavra Fluch nicht von anderen Zaubern blockiert oder abgewehrt werden kann. Es sei denn, der Zauberer verfügt über besondere magische Gegenstände oder Schutzmaßnahmen. Die einzige Möglichkeit, dem Fluch zu entkommen, besteht darin, dass das Ziel sich aus dem direkten Weg des Fluches bewegt oder dass ein anderer Umstand eingreift, wie ein Gegenstand, der zwischen dich und den Fluch fliegt. In der Harry Potter Geschichte wird der Avada Kedavra Flucht oft von den dunklen Zauberern wie Lord Voldemort und seinen Anhängern, den Todessern, verwendet. Der Fluch ist ein Symbol für die bösartigsten Aspekte der Magie und wird als äußerst verabscheuungswürdig angesehen. Der Avada Kedavra Fluch steht für die dunkelsten und gefährlichsten Aspekte der Magie und sollte niemals angewendet werden. Der nächste Fluch, dem wir uns widmen, ist Crucio. Der Cruciatus Fluch, auch bekannt als der Cruciatus Zauber, ist ein äußerst grausamer und quälender Fluch aus der Harry Potter Welt. Er gehört zu den drei unverzeihlichen Flüchen, was bedeutet, dass sein Einsatz strengstens verboten ist und schwere Konsequenzen nach sich zieht. Der Cruciatus Fluch wird verwendet, um unvorstellbare Schmerzen und Qualen beim Opfer zu verursachen. Wenn der Fluch erfolgreich angewendet wird, erleidet das Opfer extreme körperliche und geistige Qualen, die es an den Rand des Wahnsinns treiben können. Der Fluch hat keine physischen Auswirkungen, sondern zählt darauf ab, das Opfer mit reinem Schmerz zu überwältigen und zu foltern. Es ist ein sadistischer Fluch, der dazu dient, dem Opfer unermessliche Qualen zuzufügen und es zu brechen. Der Cruciatus Fluch erfordert einen starken und willentlichen Einsatz der magischen Energie. Der Zauberer muss den Fluch mit bösen Absichten und einer gewissen Genugtuung anwenden, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. In der Harry Potter Geschichte wurde der Cruciatus Fluch von dunklen Zauberern wie Bellatrix the Strange und anderen Todessern verwendet, um ihre Gegner zu quälen und zu terrorisieren. Es ist wichtig zu betonen, dass der Einsatz des Cruciatus Fluches in der Welt der Zauberer als äußerst verachtenswert angesehen wird und als eine der widerlichsten Formen der dunklen Magie betrachtet wird. Der dritte Fluch, den wir beleuchten möchten, ist der Imperius Fluch. Der Imperius Fluch ist ein mächtiger und gefährlicher Zauberer aus der Harry Potter Welt. Er ist der dritte, unverzeihliche Fluch, was bedeutet, dass sein Einsatz ebenfalls strengstens verboten ist und dieser schwere Konsequenzen nach sich zieht. Der Imperius Fluch ermöglicht es dem Zauberer, die Kontrolle über den Geist seines Opfers zu übernehmen. Wenn der Fluch erfolgreich angewendet wird, wird das Opfer vollständig manipuliert und gezwungen, die Befehle des Zauberers zu befolgen, ohne jeglichen eigenen Willen oder Widerstand. Die Kontrolle, die der Zauberer über das Opfer ausüben kann, ist absolut. Das Opfer wird zu einem willenlosen Werkzeug und handelt entsprechend den Anweisungen des Zauberers, unabhängig von den eigenen Überzeugungen oder dem, was sie normalerweise tun würden. Es ist wichtig zu beachten, dass der Imperius Fluch äußerst schwierig anzuwenden ist und eine hohe magische Begabung erfordert. Nicht alle Zauberer können ihn erfolgreich nutzen. Er erfordert eine präzise und starke Kontrolle über den Zauberstab und eine intensive Konzentration, um die volle Kontrolle über das Opfer zu erlangen. In der Harry Potter Geschichte wurde der Imperius Fluch von dunklen Zauberern wie Lord Voldemort und seinen Anhängern den Todessern eingesetzt, um ihre Gegner zu manipulieren und zu kontrollieren. Es ist wichtig zu betonen, dass der Einsatz des Imperius Fluchs in der Zaubererwelt als äußerst verachtenswert angesehen wird, da er die freie Willensentscheidung eines Menschen völlig außer Kraft setzt. Der Imperius Fluch wird von den magischen Behörden streng geahndet und der Einsatz des Fluches kann zu langen Haftstrafen führen. Als nächstes haben wir das Dämonsfeuer. Das Dämonsfeuer ist ein äußerst gefährlicher Fluch in der Harry Potter Welt. Es handelt sich um eine mächtige und zerstörerische Form der dunklen Magie, die ein unaufhaltsames Feuer erschafft, das in Formen wilder Kreaturen wütet und alles in seiner Umgebung verzehrt. Das Dämonsfeuer ist extrem schwierig zu kontrollieren und stellt eine ernsthafte Gefahr für jeden dar, der mit ihm in Berührung kommt, einschließlich des Zauberers, der den Fluch ausführt. Das Feuer hat eine zerstörerische Kraft und kann nahezu alles in seiner Reichweite verbrennen, einschließlich Gegenstände, Strukturen und sogar andere Flüche. Was das Dämonsfeuer besonders gefährlich macht, ist seine Eigenständigkeit. Es ist unabhängig vom Willen des Zauberers und kann sich frei bewegen, sich in verschiedene Formen manifestieren und seine Opfer jagen. Das Feuer nimmt oft die Gestalt schrecklicher Kreaturen an, wie beispielsweise Drachen oder andere dämonische Wesen, die eine Bedrohung darstellen. Es erfordert eine enorme magische Macht und Fähigkeit, das Dämonsfeuer zu erschaffen und unter Kontrolle zu halten. Wenn der Zauberer nicht die benötigte Beherrschung über den Fluch hat, kann das Feuer außer Kontrolle geraten und auch den Zauberer selbst gefährden. Aufgrund seiner extremen Gefährlichkeit und Unkontrollierbarkeit wird das Dämonsfeuer von den meisten Zauberern vermieden und als äußerst dunkle und gefährliche Magie angesehen. Es ist wichtig anzumerken, dass der Einsatz von Dämonsfeuer oder anderer Formen dunkler Magie in der realen Welt nicht empfohlen wird. Dieser Fluch ist Teil der fiktiven Harry-Potter-Welt und sollte nicht als Anleitung oder Inspiration für echte magische Praktiken betrachtet werden. Also Vorsicht damit! Als nächstes haben wir Sektum Sempra. Der Sektum Sempra-Fluch ist ein weiterer mächtiger und gefährlicher Fluch. Er verursacht tiefe und blutige Schnitte auf dem Körper des Opfers. Dieser Fluch wurde von Severus Snape entwickelt und zeigt, wie selbst angesehene Zauberer in Versuchung geraten können, mächtige und gefährliche Magie zu nutzen. Als nächstes haben wir Avi-Force. Der Avi-Force-Fluch ist ein Zauber, der in der Welt der Zauberei verwendet wird, um Gegenstände in Vögel zu verwandeln. Ja, du hast richtig gehört. Wenn ein Zauberer den Avi-Force-Fluch auf ein Objekt anwendet und erfolgreich ist, nimmt dieses Objekt die Gestalt eines Vogels an. Es ist wichtig zu beachten, dass der Avi-Force-Fluch in erster Linie dazu dient, eine Verwandlung herbeizuführen und den Gegenstand in eine andere Form zu bringen. Es handelt sich nicht um einen Angriffs-Fluch oder einen Fluch mit schädlichen Absichten. Er wird oft für praktische Zwecke eingesetzt, wie zum Beispiel, um einen Gegenstand leichter transportieren zu können oder um kreative Lösungen für bestimmte Situationen zu finden. Es erfordert jedoch eine gewisse Beherrschung und Zauberkunst, um den Avi-Force-Fluch korrekt anzuwenden. Als nächstes haben wir Mors Mord. Mit dem Zauberspruch Mors Mord wird das dunkle Mal am Himmel heraufbeschworen. Weithin sichtbar ist dann das schwarz-magische Symbol, der unheimliche, grün leuchtende Totenkopf, aus dessen Mund eine Schlange kommt. Weil dieses Symbol immer an die Anwesenheit und die Taten schwarzer Magier hinweist, handelt es sich um einen schwarz-magischen Zauber, der nur vom Todessern oder anderen Anhänger der schwarzen Magie genutzt wird. Schon der Ausdruck Mors Mord verrät den unheilvollen Charakter des Zaubers und dass Todesser ihn gebrauchen. Als nächstes haben wir den Tabufluch. Der Tabufluch ist ein weiterer furchterregender Zauber. Sobald dieser Fluch ausgesprochen wird, ortet er denjenigen, der den Namen von Lord Voldemort ausspricht. Das zieht die unmittelbare Aufmerksamkeit der Todesser auf sich und kann verheerende Konsequenzen haben. Dieser Fluch ist ein weiteres Beispiel für die Überwachung und Kontrolle der dunklen Seite der Magie. Als nächstes haben wir den Dementorenkuss. Der Kuss eines Dementors ist kein Fluch im eigentlichen Sinne, sondern eine schreckliche Strafe. Wenn ein Dementor sein Opfer küsst, saugt er ihm die Seele aus dem Körper und hinterlässt eine leblose Hülle zurück. Dies ist eine der gruseligsten Bestrafungen in der Welt der Zauberei und wird oft bei besonders gefährlichen Kriminellen angewandt. Als nächstes haben wir Obliviate. Zuletzt haben wir den Obliviate-Fluch. Dieser Fluch ermöglicht es einem Zauberer, die Erinnerungen einer Person zu löschen oder zu manipulieren. Er wird oft von Mitgliedern des Zaubereiministeriums verwendet, um die Existenz der magischen Welt vor Muggeln zu verbergen. Aber der Missbrauch dieses Fluches kann fatale Auswirkungen haben und die Identität einer Person für immer verändern. Ein Beispiel für den Gebrauch sehen wir bei Gilderoy Lockhart, der sich seine gesamte Geschichte erschlichen und ergaunert hat. Ich weiß, dass viele von den Zaubern und Flüchen, die ich genannt habe, als schrecklich als auch als nicht schrecklich angesehen werden könnten. Ich denke, viele dieser Zauberer haben ihre eigene Form von Schrecklichkeit und deshalb habe ich sie so angeordnet, wie ich sie für richtig halte. Und damit sind wir am Ende unserer Reise durch einige der schrecklichsten Flüche aus Harry Potter angelangt. Diese dunklen und gefährlichen Kräfte zeigen uns, dass Magie nicht immer etwas Gutes bedeutet. Die Wahl, wie man diese Macht nutzt, liegt letztendlich bei jedem einzelnen Zauberer selbst. Wenn ich einen Fluch vergessen habe, der unbedingt auf der Liste stehen sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen!